hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge scarlet nexus ja in der letzten folge haben wir jetzt alle spielbaren charaktere freigeschaltet das heißt wir haben auch unser sas hier erweitert um hyperspeed psychokinese elektrokinese und unsichtbarkeit den habe ich rausgenommen irgendjemand rausgenommen ist ja egal und wie man hier sieht hier kann man auch die stufen verbessern das heißt sehr viel social link blabla und wir haben ein paar brain message erhalten deswegen würde ich die gerne mal durchgehen wollen ermittlungsresultat zu nagis tod wataru ich habe gefunden warum du mich gebeten hast sie meinen nagy sei im kampf gegen andere gestorben haruka ist die schwester von wataru sie sagen es sei im kam was sie sagen er sei im kampf gefallen nagis leichnam wurde unversehrt zurück zu seiner familie geschafft also keine sorge oh danke wataru haruka so arahabaki zwangsübertragung ich habe über die zwangsübertragung an alle bürger nachgedacht das könnte wirklich gefährlich sein ich verstehe was du meinst zu gummi ich hatte mir nur gedanken wegen des emotionalen schocks gemacht die die übermittlung all dieser informationen auf einmal verursacht hätte aber je nachdem wie wir arabaki benutzen können wir in der lage sein wie mein bruder zu handeln meinst du mit dem die infiltration der gehirne so dass arabaki die kontrolle über ihre körper und kräfte übernehmen kann bedeutet dass es gibt die möglichkeit dass alle bürger ihre erinnerung und ihr bewusstsein verlieren könnten wie yuito ich glaube diese möglichkeit besteht aber die zwangsübertragung war für uns notwendig ja wir konnten den bürgern einen blick hinter die kulissen verschaffen allerdings müssen wir in zukunft sehr vorsichtig sein zum glück sieht es danach aus als ob es dieses mal keine probleme der übertragung gegeben hätte also kein grund zur sorge ja okay ja wir haben das ja gemacht und er hat sicher unsere kräfte geschnappt der der bruder von dem gott da wollte ich ja gucken und zwar der bruder von ich habe seinen namen vergessen scheiße egal wir gucken gleich mal wieder heiß so wir konnten das schwert hier tauschen aber sonst können wir nämlich gar nichts weil uns dieses kampfbericht a fehlt also ich kann nichts tauschen aber was ich machen kann ist ich kann glaube ich jetzt die vorversionen ich kann nicht mal die vorversion kaufen doch kann ich oder nein kann ich nicht ich kann die erst kaufen sobald ich die aufgebraucht habe oder was ernsthaft das heißt es gibt hier auch jetzt mehr geschenke für die anderen oder ich kaufe jetzt erstmal stapel alter bücher schieden kann ich den auch geben was mir überlegt hat wir sind jetzt am ende von phase 9 angekommen von yuitos geschichte wo davon kann ich zwei holen und der anime soll ja 18 13 episoden haben wenn das spiel so aufgebaut ist wie der anime sollte ja eigentlich das hier nach der 13 episode fertig sein oder so ich würde es aber jetzt so mal ich kaufe jetzt hier ein ich frage ich frage mich ob ich das aufnehmen soll wie ich das denen die geschenke überreicht das wird doch auch poundarten abwehr habe ich nicht ok also vier mal kann ich das ding kaufen so und hier auch nur vier mal da kann ich wirklich nicht so hier komme ich ja nicht ran weil mir fehler dieser kampfbericht aber hier komme ich ran bringt mir aber nichts wenn sie hat die haben schon das fast höchste equipped also mk 69 k5 ist das höchste das doppelständige schwert ja was ist das fünf prozent kraft angriff und verteidung spezies plug-in in zukunft aktiviert bei vollständiger gesundheit des anwenders erhöht alle werte was heißt aktiviert bei vollständiger gesundheit des anwenders erhöht bei 100 prozent gesundheit alle werte verstehe ich nicht weil vollständige gesundheit ist doch 100 prozent angriff schaden plus zehn schmetter effekt ist immer so bei dem wird bei maximal okay aktiviert bei gefährdung des anwenders erhöht bei maximal 30 prozent aller werte so was cool ist das okay so 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 das heißt ich würde gerne zuerst mit meinen kameraden die ich mit mir führe ich wollte noch was gucken bevor ich jetzt hier groß haben die das gleiche level wie wir ihr haben so ich glaube ich tausche die kleine gegen kasane aus wisst ihr was ich meine zugumi gegen kasane oder nee gegen schieden wäre intelligenter kasane finde ich zwar cool aber ich glaube schieden mit seiner elektrolyse also das heißt wir hätten dann elektrokinese dann pyrokinese und meine psi kräfte oder auch wenn der idiot uns nicht mal schieden ach so die haben ja noch gar nicht diese wo ist schieden wo ist sie denn dass sie denn hat sie denn so 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 there's that stupid face again that's how you start a conversation sorry i call it like i see it i suppose i'm getting used to it though you make sure to stay alive so i can always see your stupid face ich habe So, ich mag keinen Krach der Gedanke ab. Jetzt hier bleiben zu müssen, ist ziemlich... So, ich würde gern erst ihm das hier geben. Dass ich dann ihm auch ein Plugin geben kann. Also zwei Plugins, besser gesagt. Danke dir. Redet sie jetzt weiter, weil ich habe, glaube ich, jetzt gerade einen Text unterbrochen. Oh, ey. Natürlich hat er es unterbrochen. Das wird halt wieder so eine Social Link Folge. Geschenke verteilen und Plugins. So. Okay. So, Kraft MK hat er jetzt drin. Statt Gesundheit vielleicht Kraft Feld. Oder was habe ich da bei Gesundheit? Nehmen wir das hier. Und hier halt das mit den Zahlungen, dass wir Kohle bekommen. So. So perfekt, oder? Sprechen wir gleich mit ihm weiter. Ich gebe ihm sein. Ja, der kriegt hier alles. Not bad. Hm. Du hast ein gutes Auge. Du kannst ja nichts damit anfangen. Also nehme ich es. Stapel alter Bücher. Du weißt das wahrscheinlich nicht, aber es gibt ein paar kostbare Bücher, die noch nicht digitalisiert wurden. Okay. Wunderbar. Stopp, du wirst deine Augen schrauben, wenn du jemanden schaust. Ich könnte das gleiche zu dir sagen. Das macht uns zwei von uns dann. Das macht mich so wunderschön, dass wir zusammen sind. Aber ich glaube, du kannst sehen, dass ich dich auf dich schrauben kann. Du solltest weiterklappen, um zu meinem Level zu kommen. Stufe drei. Sehr cool. My first impression of you is the worst. But now, I'm willing to say you're the second to worst. Are you trying to be nice? I guess I'm grateful that I'm better now. Kann ich eigentlich die Social Link-Werte hochpushen, indem ich mehrmals die gleiche Geschenke abgebe? Ist das vielleicht so ein... Ach, egal. Eine Anleitung für Anfänger ist zwar etwas beleidigend, aber trotzdem danke. So. Wem gibt es auch so Social Dings? Bings? Wieso diese Hicken? Da auch, da auch, da auch. Zu Gumi aber nicht. So, Squashläger nicht. Ach, nur die vier können den Squashläger haben? Das kriegt sie. Okay. Die ist irgendwie niedlich. Danke. Wie schön. Das ist eine Zimmerpflanze. Wow. Hätte ich gedacht. Wenn wir die Töpfe ein wenig anders anordnen, dann wird sie viel größer. Ich werde mich gut darum kümmern. Nee, Kasane nicht, aber mit ihr wollte ich reden. Mit Kasanes Truppe im Versteck kommt es einem fast so far, als hätten wir Familien zu was bekommen. Das ist super, Yuito. So, ich möchte ihr die farbigen Kerzen geben. Die Tischdecke ist ja cool. Wow, ich bin so glücklich. Du hast dich daran erinnert, dass ich Kerzen sammle. Kicher. Danke. Hanabi. So. Aber wenn ich ihr jetzt einen Squashläger gebe, müsste sie sich ja doppelt freuen, oder? Weil sie hat ja schon mal einen. Wow, danke. So. Sie spielt Squash. So. Ich spreche mal zuerst mit ihm. Stufe 2 erreicht. Ach so, nur mit Reden, ja. Ich finde den auch irgendwie ein bisschen faszinierend. Hey, brauchst du irgendwas? Also, ich habe viel nachgedacht. Schön, dass du viel nachgedacht hast. So. Dann geben wir mal Alkohol. Viel Alkohol. Oh, cool. Tut mir leid, junger Mann. Aber das gehört in die Hände eines Erwachsenen. Machen wir mal weiter mit ihm. Ach, das sind nur die Plugins. Da bin ich mir noch nicht sicher. Haruka, arbeitet dein Bruder immer so viel? Er ist genau wie du, Yuito. Ich mag Major General Fubuki noch nie so... Was? Ich habe Major General Fubuki noch nie so fertig erlebt. Er ist zwar ein zäher Kerl, aber diesmal muss er es übertrieben haben. Gut, machen wir mit Arashi weiter. So, Arashi auf Stufe 2. So, die nächste. Kombo-Bischen. Tut mir leid, dass mein blöder Bruder solchen Ärger macht. Er ist ein echter Workaholic. So, gucken wir mal, was er hier schenken kann. Also, wir können ihr eine Drohne schenken. Wir können ihr ein Kissen schenken. Was wir natürlich auch machen. Dann hat sie schon mal eine Drohne und ein Kissen. Wenn ich das noch ein bisschen anpasse, kann ich damit bestimmt diese lästigen Krähen vertreiben. Kicher. Wieso kichern die so oft? Oh, die hat die Drohne hier. Gucken wir mal. Mit Kasani würde ich gerne als letztes sprechen wollen. Das ist irgendwie ein süßes Kissen. Das liegt da sogar schon. Das ist perfekt für das Nickerchen. Ich bin schon ganz schläfrig. Ich hätte eigentlich Gehen vorlesen müssen. Was macht die denn da? Die spielt einfach mit einem Stein. So, hier. Hier. Ich spiele einfach damit. Ach, die schläfte da unten. Ich habe sie gerade den Stein fallen lassen. Sonst nichts. Gut. So, sie hat eine Episode. Hier. Luca heißt der. Fubuki muss einiges mitgemacht haben. Wir sollten ihm erstmal etwas Ruhe geben. Kariertes Kissen. Kariertes Kissen. Hast du schon gewusst, dass gute Muskeln so weich sind wie dieses Kissen hier? So, mit ihr habe ich gesprochen, mit ihm noch nicht. Mit ihr muss ich auch noch reden. Hey, Uito. Unsere Jobs sind gefährlich. Was denkst du, dass du einen Charme aufhörst? Einen Charme? Oh, du siehst nicht so enthusiastisch. Ich dachte, es war eine gute Idee. Es ist sehr effektiv. Wenn du deine Meinung verändern möchtest, kommt einfach mit mir. Ich fühle mich, dass ich dich jetzt ein bisschen besser kenne. Wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Achso, verbessert sich nur das, weil wir uns immer mit denen vorher getroffen haben? Durch Spionieren, durch das Lesen von Erinnerungen, lernt man viel. Ich habe viel mehr, was? Ich habe viel mehr Beziehungen. Achso, eher. Achso, das war eher, mit dem wir gerade gesprochen haben. Alles in Ordnung, Uito. Mach dir keinen Kopf. Dein Gehirn hat ein schweres Trauma erlitten. So. Also, erste Hilfe bekommt sowohl Kasani als auch sie. Und robusten Kochtopf sie. Ding. Ist es das, ja? Das ist mal ein richtiges Kochgeschirr. Danke. Jetzt muss ich mich voll aufs Kochen konzentrieren. Okay. Okay. Also, Shiden haben wir komplett durch. Hier, Luka auch. Tsugumi auch. Arashi auch. Hanabi fehlt noch. Der Große fehlt noch. Und sie... Oh, sie kocht wirklich. Krass. Okay. So, sie kriegt da noch so ein Erste-Hilfe-Set. Danke. Keine Sorge, ich flicke dich wieder zusammen, wenn du dich verletzt. So, dann reden wir nochmal mit ihm. Zack. All die Informationen scheinen die Bürger und die Regierung zu verwirren. Und bei uns ist es mit den ganz neuen Leuten ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm eine Vertrauens-Episode starten soll. Hanabi, kriegt die noch was? Nein. Kasani. Wir nutzen jetzt euer Versteck, dann können wir leichter kommunizieren. So. Erste-Hilfe-Set. Hm. Nice. Ich bin zwar nicht besonders gut darin, aber ich wollte es üben. Du hast mir echt das Leben geratet. Hm. So. Nee, Set. Okay. Den hat meine Schwester oft benutzt. Ich allerdings kaum, aber vielleicht kann ich ihn irgendwann mal gebrauchen. Oh, die war so traurig. So. Dann klickt sie noch das hier. Okay. 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 Also, zwei habe ich noch frei. Also, zwei kann ich noch. Also, Shiden nehme ich ja mit. Hm. Arashi ist irgendwie auch cool, aber ihre Fähigkeit ist kacke. Das mit dem Duplikat ist eigentlich auch cool. Also, eigentlich Kyoka. Wenn ich sie finde. Da hinten ist sie. Und dann würde ich es noch Kageru geben wollen. Obwohl, seine Fähigkeit ist echt doof im Kampf. Warum gucken die so traurig, wenn ich ihnen so ein Plug-in gebe, ey? Nee, ich glaube, ich gebe es dann Arashi. Ich glaube, ich würde sie eher mitnehmen, mit ihrer Teleportationsfähigkeit, als Unsichtbarkeit. Ach nee, nicht Teleportation. Ich konnte es nicht lesen. Nur wegen diesen Plug-in-Dingern ist jetzt eben meine... Dann geben wir ihr doch auch mal Geschenke. Das wird als Geschenk angesehen. Also, dadurch verbessert sich das Ding auch. Krass. Wenn das ein Geschenk ist, nehme ich es gerne an. Okay. So. Ich glaube, das Niedrigste, was ich jetzt habe, ist Stufe 3. Hm. Ich glaube, es ist eine gute Idee, zu arbeiten zu arbeiten, aber... Haha. Du bist derjenige, zu sprechen. Du wirst nicht mehr so interessiert, was zu schlafen. Das ist kein Schmerz. Wenn du deine eigene Strecke und reistest, wenn du sie brauchst, dann bist du ein besserer Soldat. Arbeit auf das. Es gibt viele Menschen, die werden sehr schade, wenn du fallst. Ich bin einer von ihnen. Ich glaube, 4. Okay. Großer Topf mit Schöpfkeller als Geschenk von Arashi erhalten. Du hast Potenzial. Aber du solltest es nicht übernehmen. Danke. Ja, ich werde vorsichtig sein. Das ist doch das Ding, was sie schon hat, oder? Oh, du hast gar nichts dabei. Okay. Okay. Doch, da ist der Topf. Achso. Und die Geschenke von denen kann ich nicht weiter verschenken, sondern die sind dann hier in der Bude einfach. Sieht schon irgendwie cool aus. So, dann spreche ich mal erst mit Hanabi. Oh, Yuito. Oh, Yuito. Do you have a minute? There's something I want to talk to you about. Did something happen? You look serious. I got a message from my uncle. You mean the OSF hospital's chairman? Can you tell me what it was about? Yeah. But be ready. You won't like it. He said. It seems you've learned a lot about the hospital recently, but you don't need to get involved. If you consider yourself a part of the Ichijo family, then keep your mouth shut. He's clearly threatening you. Yeah. I was shocked. But beyond that, I'm just so frustrated. We worked hard to uncover the government's secret, but they're still able to get away with it. We managed to expose so much to the public, but the top brass are trying to save themselves by eliminating the evidence. They can't go unpunished for what they did. Isn't there anything we can do? Are you sure, though? I mean, no matter what they did, they're still your family. Isn't this hard for you? I'm fine. It doesn't matter if they're family. Remember what I told you before? We've seen so many bad parts of the OSF. What my uncle did was unforgivable. I can't look the other way if I'm going to be able to stand proudly as a member of the OSF. Then let's think together on how we can go after the chairman's crimes. We basically need to find irrefutable evidence that my uncle and the others were connected to that research. Yeah, but that data isn't going to be something we can easily access. If there's any evidence left, it would need to be somewhere secret. Oh, like the old OSF hospital. Wer hätte's gedacht? That seems possible. There are others there. So maybe they think, nobody would go and investigate it. Let's check it out together. Ach, that's is also a... I'm happy to hear you say that. Wie mit den weißen Blumen. Come on. I said I'd help you anyway I could. Thanks. Let's go together then. So, dann würde ich aber sagen, wir machen eine kurze Pause. Bevor wir hier weitermachen. In der nächsten Folge geht's dann in dem Krankenhaus weiter. Und wir schauen dann auch, was Xane für eine Vertrauensepisode hat. Dann pausieren wir hier mal kurz. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kommentar in einem Kommentariat und selbstverständlich abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.